Moin Leute, herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video. Heute spiele ich mit Marvin Until Ghost Game und das ist so ein Gänse-Spiel, wo man da Gänse spielt, ich will das ja leih machen. Marvin, siehst du was? Ja. Gut, drückt bereit. X oder so. Ja. Ja, ich und Marvin haben das schon mal gespielt, aber noch nicht aufgenommen. Oder? Keine Ahnung. Doch, haben wir. Haben wir schon mal. Gut, dann ist das der dritte Tag. Wie, du hast doch geile. Ich finde das so funny. Kommst du, Marvin? Marvin, du musst schon kommen. Ich mache gerade ein paar Enten-Streams, damit du dann ein Remix machen kannst dafür, Alter. Schwimmst du Enten-Reviews hier? Ne, tankt mal. Schau her, machen wir den hier. Nein, so, man muss den hier machen. Du kannst es nicht intakt, gell? Das ist für dich beschweren. Ich kann ihn nie. Neee! Ok! ja bei die wo ist es bei mir mal das ist mein fall hat ihr besten macht es spaß mal das spiel und jetzt hast du aufgaben drück auf mein touchpad ich kann die schrift nicht lesen ich kann mich erinnern an diesen nachbar mit dem rasenmäher da genau da ja ja der nachbar mit dem gärtner du drück einfach nicht das ist der nachbar von secret neighbor oder so ja ich kann euch die aufgaben erinnern müssen da irgendwas einbauen der kommt gleich muss auf ich hab mal jetzt mein arsch geh weg verpiss dich doch du bubbler danke geht in den garten helikopter helikopter ich muss das für backspunny sammeln ich bin irgendwie verpiss dich doch man ey hoppala ich kann irgendwo den schuh ich weiß die steuerung nimmer ich weiß die steuerung nimmer mal wir müssen den schlüssel nehmen Das ist auch eine Aufgabe. Das ist von der Mucke, gell? Weißt du, was fehlt bei dem Gänsehmer, dass man scheißen kann? War schon funny. Digga, ich habe mir die Scheuung nicht mehr mal gemerkt. Ich weiß nicht, wie man bald... Ja. Gib mir den Schlüssel, ich lenke ihn ab. Kwieg, 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 kwieg! Kwieg doch! Schau mal, deine Bars! Komm, schnell raus, Marvin! Oh, man, wir brauchen Schlüssel. Mu, mu… Mu, mu, mu… Mu... Mu, 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 mu… Untertitelung des ZDF, 2020 Gärtner nass gemacht. Geil. Wir brauchen einen Schlüssel. Wir müssen den Gärtner aussperren. Marvin. Nein, nein. Du musst zum Wasser hauen. Geh zum Wasser hauen. Nein, andere Richtung. Schnell, 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 schnell. Mach die Tür zu, mach die Tür zu. Geist, Geist, Geist. Ah, schade. Digga, ich bin so verpackt. Komm, Marvin. Marvin, was machst du? Hallo? Was? Komm, hilf mir. Ich brauche den Schlüssel. Ich merk mir nicht mal die Steuerung, Alter. Das ist mir egal. Das ist falsch immer. Mit Gras kannst du Schnabel öffnen. Oh mein Gott, Marvin, wir haben's. Lass liegen im Wasser. Oder ja, nimm's mit. Komm, ich steck in dein Gras, komm mit. Und ich sperr ihn hinaus. Schnell, 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 schnell. Was machst du? Nichts? Scheiße, können wir nicht mal rein. Wir brauchen einen Schlüssel. Wow. Warte, was ist, wenn er jetzt... Er hat keinen Schlüssel mehr. Oh, wollen wir den wieder geben? Oh, wollen wir den wieder geben? Oder was macht er jetzt? Komm, wir geben mir den Schlüssel wieder. Marvin, du musst mitkommen. Mit mir, aber sonst kann ich nicht weiter. Oder wir sperren ihn aus. Und wir sind im Garten drin. Keine Ahnung. Wo ist denn der Gärtner jetzt? Warte mal. Hä? So, jetzt sind wir im Garten und er ist nicht im Garten. Da haben wir nicht mehr geboost, wo wir den Schlüssel nutzen müssen, Alter. Ja, das hast du bis die Wüte-Videos angeschaut oder was, Alter. Nee, das war nicht die Tüte. Aber da waren wir, Alter, dann. Da haben wir ja nie mehr nie geboost, wo wir den Schlüssel an nutzen müssen, Alter. Nee, das Schlüssel müssen wir nicht benutzen müssen. Da beim Wasser irgendwas machen. Hm. Ja. 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 Ja, naja. So ein morgens nicht. Ja. Ich muss das schon. marvin bist du noch da folgt mir bitte aber ich kann nicht weiter oder hier müssen wir was man ja keine ahnung willst du es noch mal spielen wenn wir wissen wie es weitergeht warum blödes spiel ja gut leute dann war es mein video 1 also wir müssen irgendwie den hut runter kriegen tschau leute bis zum nächsten mal